Unter dem Reiter Krono finden sich die beiden Funktionen der Automatikschaltung. Wichtig! Die Schaltzeiten am Ofen müssen deaktiviert sein, damit die Schaltzeiten der App greifen. Unter Krono lassen sich Schaltzeiten des Ofens automatisieren und bearbeiten. Über das Stiftsymbol lassen sich die Einstellungen bearbeiten. In der oberen Leiste wird der Modus der Schaltzeiten gewählt. Unter Wöchentlich kannst du für alle Wochentage von Montag bis Sonntag bis zu drei individuelle, beliebige Schaltzeiten einprogrammieren. Unter Täglich können für jeden Wochentag einzeln bis zu drei individuelle Schaltzeiten einprogrammiert werden. Unter Wochenende können für die Gruppe der Tage von Montag bis Freitag und Samstag bis Sonntag jeweils bis zu drei individuelle Schaltzeiten einprogrammiert werden. Darunter lässt sich jeweils ein Modus ein- oder ausschalten. Die Uhrzeiten lassen sich in 15-Minuten-Schritten einstellen. Mit den Haken auf der rechten Seite wählst du aus, welche Zeiten genutzt werden sollen. Wenn du mit deinen Einstellungen zufrieden bist, vergiss nicht diese zu speichern. Durch Betätigung der Schaltfläche wird die gewünschte Funktion aktiviert. Aktive Funktionen werden gelb angezeigt. Spannende Styrsch der Schaltfläche Spannende Styrschönen Untertitelung des ZDF, 2020